Hallo ihr Lieben, ich mache heute mit bei einem, naja, sie hat es nicht Tag genannt, aber ein Tag von Chrissy von Nimmermeer. Und da geht es darum, über Bücher mit einer persönlichen Geschichte zu sprechen. Also Bücher, mit denen du eine persönliche Geschichte hast, mit denen du ein persönliches Erlebnis, Gefühl, irgendwas verbindest. Und ich musste ganz schön nachdenken darüber, das war gar nicht so leicht, aber ich habe eine Nacht drüber geschlafen und jetzt kurzerhand mich dazu entschlossen, ich mache es. Also hier meine Bücher, zu denen ich eine persönliche Geschichte habe. Ich glaube, all meine Leseleidenschaft, ich habe schon als Kind gelesen, also als noch jüngeres Kind, aber meine ganze Leseleidenschaft ist explodiert mit, und das ist irgendwie der Klassiker, der Gänsehaut-Reihe. Das ist Band 1, ja, der Spiegel des Schreckens. Und ich habe diese ganze Reihe gesuchtet damals in den 90ern im Kinderzimmer. Und da fing im Prinzip alles an, ja, diese Leidenschaft für das Genre-Horror, für Gruselgeschichten. Ich mochte schon als Kind alles, was irgendwie so ein bisschen mehr creepy war, also eher Märchen, die ein bisschen gruseliger waren. Ich mochte Hexen und so weiter. Und, ja, es ist dann hier drin gegipfelt quasi und hat dann dafür gesorgt, dass ich bis heute hauptsächlich das Genre-Horror lese. Und, ähm, dieser Leidenschaft fröne. Und, ja, das ist quasi the beginning, ja. Der Beginn einer großen Liebe, der Beginn einer großen Leidenschaft. Ich habe leider nicht mehr alle Bücher. Ich hatte sie damals alle. Ich habe sie gesammelt. Ähm, meine Ma hat mich da auch unterstützt und, ähm, mir auch geholfen, dass ich dann immer den neuesten Band kriege und so weiter. Das war, äh, richtig cool. Ich habe die dann, als ich älter war, mal verliehen oder verschenkt. Und habe gedacht, ach, das liest du ja nicht mehr. Das sind ja Kinderbücher. Und irgendwann habe ich mich dann tierisch rüber geärgert, dass ich das damals getan habe. Und habe gedacht, wenn du die jetzt noch alle hättest, wie cool wäre das? Ähm, naja, gut. Ähm, ein paar habe ich noch. Und vor allem habe ich hier auch noch Band 1. Und, ähm, ja. Ähm, war eine coole Zeit. Und damit verbinde ich halt ja viel so Lesen im Kinderzimmer, meine Kindheit, meine Jugend, wo ich mich damit beschäftigt habe. Aber irgendwann kam dann Fear Street, da war ich dann auch schon jugendlich. Ähm, aber, äh, da hörte es dann kurze Zeit mal auf mit der Leseleidenschaft. Da hatte ich einfach andere Dinge im Kopf, wie, ähm, Tanzschule und Jungs und so, wie das halt so ist in dem Alter. Aber, ähm, ja. Damit fing alles an. It's the beginning. Und deswegen, glaube ich, werde ich immer ein, ähm, besonderes Gefühl haben, wenn ich diese Bücher sehe. Ich muss schmunzeln, wenn ich sehe, dass die heute noch gelesen werden. Und dass, ja, eigentlich viele Horrorleser so in meinem Alter, äh, mit diesen, ähm, Büchern gestartet sind. Ähm, sehr cool. Sehr coole Reihe, ähm, legendär, kultig, kann man schon sagen. Und, äh, für mich besonders, weil es für mich, ja, der Anfang war. Der Anfang der Horrorleidenschaft. Ja, das nächste Buch ist ein Buch, ähm, das ich nicht in die Kamera halte, wegen dem Buch, sondern wegen dem, was dadurch passiert ist und was ich dadurch gelernt habe. Ähm, das war eine ganz krasse Erfahrung. Ich, ähm, hab 2010, 2011, war ich ja schon mal hier auf Booktube unterwegs. Und ich hab ein Video hochgeladen zu einem gelesenen Buch, ähm, No Kid, 40 Gründe, keine Kinder zu haben. Und, ähm, habe dann erlebt, zum allerersten Mal, ähm, was ein Shitstorm ist und, ähm, was das Internet da eigentlich macht. Ich war total schockiert. Das hat mir wahnsinnig die Augen geöffnet. Und, ja, das war echt heftig. Also, ich habe dieses Buch, äh, gelesen und rezensiert und hab meine Meinung dazu gesagt, weil ich mich auch entschieden habe, ähm, bewusst keine Kinder zu bekommen, weil es einfach nicht in mein Lebensformat, in meinen Lebensstil reinpasst. Ich bin trotzdem Patentant und ich bin, hab keine Probleme mit Kindern. Nur ich hab für mich selber einfach entschieden, ich möchte nicht. Und, ähm, deswegen habe ich dann auch dieses Buch gelesen und hab das rezensiert, ohne böse Hintergedanken oder irgendwas. Hab auch ein paar Zitate vorgelesen und hab das einfach vorgestellt. Und, ähm, was dann passierte, damit hätte ich nie gerechnet. Einfach nie. Weil ich hab mir gedacht, was interessiert die das denn dann überhaupt? Ähm, ich habe Kommentare gekriegt, die sowas von beleidigend waren, die richtig bitterböse waren. Also von den derbsten Schimpfwörtern, wirklich unter der Gürtellinie, ähm, über Verfluchungen, du wirst als alte, unglückliche Frau sterben und weil du so bist, äh, verdienst du niemals glücklich zu sein und sowas, ja. Und, äh, zu solchen Aussagen wie, du Kinderhasserin. Und es war richtig krass. Also, ich habe noch nie so krasse Reaktionen auf irgendetwas erlebt, das ich im Internet gepostet oder gesagt habe. Die Leute sind komplett ausgerastet. Ich hab so wirklich böse, verbitterte, bitterbitterbitterböse Kommentare bekommen, wo ich gedacht hab, hey, ich hab doch gar nicht gesagt, du sollst keine Kinder kriegen oder man muss das so machen oder so. Ich hab doch niemanden angegriffen. Ich hab einfach nur gesagt, ich hab dieses Buch gelesen und ich fand es gut, weil, ähm, richtig übel. Und, äh, ja, dann hat sich tatsächlich sogar die Kleinstadt hier, in der ich wohne, tierisch, wirklich tierisch darüber aufgeregt. Und das ging so weit, dass meine Mutter beim Einkaufen angesprochen worden ist, ähm, äh, was sie denn doch für eine schreckliche und fehlgeleitete Tochter hätte. Ja, ähm, hallo? Hallo? Ähm, es war wirklich krass. Ich musste täglich unter dieses Video gucken, was jetzt schon wieder für ein Schimpfwort oder eine Beleidigung da, also richtig hart. Und, äh, ich hab das dann tatsächlich, das Video nach sechs Monaten gelöscht, weil ich einfach mit dieser, äh, Wucht und dieser Vielzahl an negativer Energie, die da auf mich abgefeuert wurde, äh, ich hatte da keinen Bock mehr drauf. Das, also, nee. Ähm, ich wurde dann auch, äh, das Thema, auch nachdem ich das Video gelöscht hab, war dieses Thema in meinem Leben. So ungefähr bis ich 30, 31, 32 war, wurde ich immer noch massiv wegen diesem Thema angegangen. Äh, in der Gesellschaft wurde richtig angefeindet. Wie kann man denn nur? Warum willst du das denn nicht? Und das gehört sich doch so und das gehört zum normalen Lauf der Dinge. Und hatte auch Probleme in Beziehungen mit Männern, die einfach gesagt haben, ach, das sagst du jetzt. Und wenn du dann schwanger bist, dann kommst du schon klar damit. Ich so, nein, ich habe doch gesagt, ich habe mich bewusst dazu entschieden, ich möchte das nicht. Ach, mh, ich wurde nicht ernst genommen. Ähm, ältere Leute haben immer gesagt, ja, das kannst du ja nicht machen. Das geht ja gar nicht. Und, ja, das war echt, echt krass. Jetzt, ähm, zwölf Jahre später ist das irgendwie gar kein Thema mehr. Na gut, nun, mit Mitte, Ende 30 glauben dir die Leute wahrscheinlich auch, wenn du sowas sagst. Und, äh, ja, das Thema ist so ein bisschen durch. Ja, das Thema ist so ein bisschen durch. Und ich glaube auch, dass mittlerweile durch diesen ganzen Diversity-Ruck und die Aufmerksamkeit auf das Diversity-Thema die Leute auch offener sind für solche Dinge und solche Lebensentscheidungen, ja, wo es jetzt nicht unbedingt um die eigene Sexualität geht, aber einfach um eine Lebensentscheidung, wo man sagt, das möchte ich nicht. Das ist eine Entscheidung, wie zu sagen, ja, ähm, ich wohne zur Miete oder ich baue ein Haus. Oder, äh, ich entscheide mich für den Job oder für den Job. Ähm, äh, das ist so, weiß ich nicht. Es ist einfach eine Lebensentscheidung. Und deswegen so auszurasten, das werde ich nie vergessen. Das werde ich einfach nie vergessen. Und deswegen steht dieses Buch immer noch in meinem Regal. Und ist ein kleiner Reminder, ähm, was im Internet passieren kann und was da los ist. Und, ähm, meine Learnings im Prinzip, ähm, im Internet hast du mehr Hater als Freunde. Und alles, was du im Internet zeigst und sagst, kann dir verdreht und negativ ausgelegt werden. Und das andere, was ich aber auch gelernt habe, ist, bleib offen, bleib ehrlich, bleib bei dir selbst, auch wenn du so einen starken Gegenwind bekommst und, und, ähm, so viel negative Energie und Hate abbekommst, bleib offen, bleib ehrlich, bleib bei dir. Und, ja, das waren so meine Learnings. Das war echt, ähm, eine bewegende Geschichte für mich damals. Ähm, ich wusste vorher gar nicht, was ein Shitstorm ist. Ja, das war so, ja, es war so 2010, 2011, meine ich. Vielleicht die, die schon länger, weil wir können sich vielleicht noch dran erinnern. Äh, es war echt krass. Es war richtig, richtig krass. Und, ähm, sowas habe ich auch nie wieder danach erlebt. Aber als dann tatsächlich meine Ma völlig aufgelöst vom Einkaufen kam und mir erzählte, weißt du, was passiert ist? Ich wurde angesprochen und ich so, boah, okay, jetzt reicht's mal so langsam, ne? Also jetzt ist echt mal Schicht im Schacht. Ähm, ja, krass, krass. Schön, dass jetzt, ähm, mehr Diversity im Leben ist und dass dann auch so kleinere Dinge, wie ich will, keine Kinder, da mit reinflutschen und auch mit akzeptiert und nicht mehr diskutiert werden. Oder aber, wie gesagt, das liegt auch am Alter, dass die Leute mittlerweile sagen, okay, sie ist eine erwachsene Frau. Sie geht auf die 40 zu. Sie wird, ähm, schon wissen, was sie da tut und was sie will und was sie nicht will. Das ist ja ihre Entscheidung, ja? Aber damals dieses Gezerre an mir und dieses Gezeter und diese Beleidigung, ja, das hat definitiv was mit mir gemacht. Ja, und deswegen, das ist ein kleines Wahnbuch in meinem Schrank. Nichtsdestotrotz sind da sehr rationale Gedanken und, äh, so drin zum Thema Kinder und auch, dass es halt eine finanzielle Entscheidung ist und so Dinge, die man sich halt überlegen muss, ähm, bevor man Kinder in die Welt setzt. Und das finde ich eigentlich ganz, ähm, ganz in Ordnung. Aber an sich ging es hinterher gar nicht mehr um dieses Buch. Und es ist nicht das Buch, warum ich dieses Buch behalten habe, sondern das, was ich daraus gelernt habe. Ja, verrückte Geschichte, oder? Ja, und dann, ähm, hat mich eigentlich über die Jahre immer wieder, wenn ich nach meinem Lieblingsbuch gefragt wurde, nach meinem Lieblingshorrorbuch gefragt wurde, äh, hatte ich eigentlich immer nur eine Antwort. Und das lag daran, dass ich in diesem Buch eine Mischung aus Dingen gelesen habe, die ich danach nie, 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 nie wieder gefunden habe und die ich mir so sehr wünschen würde. Ähm, vor allem auch, äh, stilvoll und nicht zu flach. Und, ähm, das ist sehr schwierig, äh, wenn es um so extreme Mischungen und Themen geht. Und, äh, ja, ich rede von einem meiner All-Time-Favorites und das ist einfach Nightwear von John Everson. Ich habe es in der deutschen Variante vom Festa Verlag und ich habe es auch in der englischen Variante, äh, im Hardcover. Es spiegelt ein bisschen, so kann man es vielleicht sehen. Ähm, ja, ähm, diese Geschichte, äh, ist einfach total besonders, weil sie Elemente mischt, die mir besonders gut gefallen, die mich besonders, äh, äh, triggern und begeistern können. Äh, ja, ein Paar, was im Prinzip ein bisschen ausbricht, um neue Abenteuer auszuprobieren, vor allem sie, äh, und damit begleiten immer die Frage, wie weit würde ich gehen? Ja, dubiose, geheime Sex-Club-Einladungen, äh, komische Sex-Club-Nächte, ähm, Wände, an denen Blut herunterfließt, wie bei einem Zimmerbrunnen, ähm, komische Spielchen, geheime Zimmer und Level. Ähm, Obsession, ja, und tatsächlich immer wieder die Frage, hm, würde ich da vielleicht auch mitmachen? Wäre das vielleicht, äh, ne? So, das, das hat er so mitgespielt und das war für mich, das war Shades of Grey. Das war richtiges Shades of Grey, ja, und nicht dieses andere, äh, Schnulzenbuch da. Ähm, das war richtiges Shades of Grey in der Horror-Version, ähm, Ähm, das ist ein Buch, wie ein, wie ein Trip, wie ein Film, finde ich. Und diese Kombi aus, ähm, Horror und, und Sex und Spielen und Obsession, die habe ich so nie, nie, nie wieder irgendwo gelesen. Und ich suche immer noch danach. Also, wenn ihr ein Buch habt, was all das bietet und das nicht plump und dumm und verniedlicht oder verkitscht, ähm, yes, dann würde ich das gerne lesen. Also, zeigt mir, wenn ihr so ein Buch findet, gerne diese Bücher, äh, bin ich gespannt. Also, ich habe bisher nichts Vergleichbares gefunden. Und deswegen zeige ich dieses Buch immer her, wenn es um mein All-Time-Favorite-Horror-Buch geht, äh, weil es, ja, diese thematische Mischung ausmacht. Ja, genau. Nightwear. Das nächste Buch ist eigentlich kein richtiges Buch, denn es ist ein, ähm, Rollenspielbuch. Es geht um Vampire the Masquerade. Und das ist der Beginn meiner, ähm, meiner Leidenschaft für Rollenspiele. Das, ähm, war der Anfang. Meine, meine ersten Erfahrungen als Spielleiter, eine wahnsinnige Inspirationsquelle, ähm, die Inspiration, meine eigene Spielewelt zu bauen und in diesem, äh, die, die, die Vereinigung meiner Freude am Spielen und am Kreativsein und Schreiben, ähm, das hat ganz viel mit mir gemacht und hat mich, äh, so begeistert und so fasziniert. Äh, es hat mit diesem Buch angefangen. Mittlerweile gibt es ja schon eine neue Edition. Mittlerweile habe ich auch viele, viele andere Rollenspielformate, Bücher, äh, Stile gelesen und, äh, mir angeeignet. Und, äh, das hier war der Funke. Ja, das Ding hat den Funken gezündet. Ja, Vampire, natürlich. Vampire auch düstere Gestalten, auch eher in der Horrorrichtung. Und, ähm, das Interessante, die, die Rollenspieler, die Vampire spielen zu lassen mit ihren eigenen Regeln und mit dieser moralischen Sache auch, wenn man ein vermeintlich böses oder bedrohliches Wesen spielt, ähm, das hat mir tierisch Spaß gemacht, ähm, und war tatsächlich, ja, mein, mein Anfang als Spielleiter und, äh, ich will dieses Buch einfach nicht missen. Es war einfach der Anfang und ich habe ganz viel Liebe für dieses Buch und für, uh, da fällt schon irgendwas raus, wieder irgendwelche Notizen, Bilder und Geschichten, die da drin sind und, ach, es ist einfach grandios gewesen. Und deswegen, ja, es ist kein richtiges Buch, aber irgendwie ist es ja doch ein Buch, ähm, und es hat, äh, mich in eine neue Welt geschubst, in der ich jetzt immer noch verweile und in der, für die ich hoffentlich bald auch wieder mehr Zeit habe, ähm, ich finde einfach, ähm, Rollenspiele, sich ausdenken, eine Welt, eine Geschichte sich ausdenken und dann die anderen Mitspieler mit ausdenken lassen. Man sitzt dann am Tisch zusammen und es entsteht eine Geschichte, nur in eurem Kopf, nur aus der Fantasie. Das ist Kreativität, at its best, das ist Spielen mit so viel Freiraum. Ähm, ich würde es am liebsten jedes Wochenende machen, aber leider, leider, leider ist es natürlich aufwendig vorzubereiten und da fehlt mir dann oft die Zeit zu. Äh, aber ich will das jetzt wieder ändern, so wie ich es schon geschafft habe, den Buchclub zu reaktivieren. So möchte ich auch das Rollenspielen wieder regelmäßig aktivieren. Ich hoffe, das gelingt mir. Ich hoffe, ich kann da vielleicht eine kleine Gruppe zusammenstellen und dann geht's wieder los und, äh, ja. Aber dieses Buch war der Startschuss, die pure Inspiration fürs Rollenspielen, und vor allem auch für mich fürs Rollenspielen schreiben und, und leiten. Und eine Welt bauen und dann die Menschen in dieser Welt, äh, die Mitspieler in dieser Welt rumlaufen lassen und sie vor Herausforderungen stellen und sie was erleben lassen. Und ach, das ist so ein, eine kreative Explosion für mich gewesen. Ähm, ja. So wie Gänsehaut der Beginn meiner Horrorleidenschaft ist, so ist dieses Buch Vampire the Musquerade, das Spiele-System Vampire the Musquerade, äh, der Start meiner Leidenschaft fürs, fürs Rollenspielen und Spieleleiten. Total. Das letzte Buch, was ich noch zeigen will, ist vor allem was für Schreiberlinge. Es geht um den Dämon verführen von Erika Young, äh, Schreiben, um zu leben. Ich hätt's mal wieder hier hin. Äh, das ist tatsächlich, ja, eine Geschichte über ihr Leben und über das Schreiben, aber dieses Buch, ich hab diese ganzen Ecken hier, ich schlingel, geknickt, ist voller Zitate und Inspirationen, äh, für Schreiberlinge, ja. Schreib-Inspiration, schreib-Motivation und ich hab mich bei ihr total wiedergefunden, weil sie, äh, Schreiben auch als, als Obsession empfindet und auch, ähm, mit viel Leidenschaft verbindet. Das war für mich sehr inspirierend, aber ich glaube, ähm, dieses Buch ist einfach nur greifbar, wenn man selber schreibt. Ich glaube, dann kann man da eher was mit anfangen. Ansonsten wird einem das nicht besonders jucken, dieses Buch. Also, einfach nur ein Tipp für alle, die, die, die schreiben. Ähm, es ist sehr motivierend, es ist sehr inspirierend und, äh, ja, mich hat's gekickt. Mich hat's richtig gekickt und, ähm, ich schreibe immer noch. Ja, auch wenn ich jetzt als Autorin und Sprecherin erstmal aufhöre und mich meinem Hauptjob widmen muss. Ich muss lernen, dass weniger mehr ist und, äh, mich einfach mal fokussieren. Ähm, schreibe ich natürlich privat weiter. Ich schreibe privat weiter. Ich schreibe Rollenspiele. Ich, äh, schreibe für mich. Ich schreibe immer noch kleine Gedichte. Ich, äh, ich schreibe. Ich erzähle Geschichten. Ich schreibe gerne. Ich schreibe auch. Es muss dann einfach raus. Das ist so meine Art von Kreativität. Und, äh, selbst wenn ich nichts veröffentliche und euch nichts davon erzähle, ähm, ich guck immer wieder mal rein, wenn ich mich mit dem Schreiben beschäftige und blätter durch dieses Buch. Ähm, ja, pure Schreibinspiration und Motivation. Äh, so, so kann ich das Buch beschreiben. Und vor allem auch eine Frau, die sehr, ja, sehr leidenschaftlich, sehr wild und bunt lebt. So eine Lebefrau. Und das ist mir natürlich super sympathisch. Ähm, ja, wahnsinns Buch. Interessant. Bei meinen Büchern geht es ziemlich viel um, ähm, düstere Themen, aber auch tatsächlich um Obsessionen und, und Motivation und Antrieb. Ja, ich habe jetzt festgestellt, die Bücher, die ich mir rausgesucht habe, das waren alles so antreibende Bücher, die was, ähm, die mich in eine Richtung geschubst haben oder die was ausgelöst haben, die mich angetrieben haben, Dinge zu tun. Ähm, interessant. Interessant. Chrisi, vielen Dank für diese Aufgabe. Äh, das war sehr interessant. Und, auch spannend, dass es bei mir gar nicht, äh, so viel Unterhaltungsliteratur ist, sondern dann echt auch, äh, viel in so, äh, Sach- und Spielbücher und so abdriftet. Äh, ja. Sehr interessant. Gut, ähm, das war der Tag, ähm, Bücher mit persönlicher Geschichte. Und, äh, äh, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich, äh, werde noch, ähm, ich werde noch, äh, äh, ein Book-Tag hochladen. Äh, ich drücke mich so ein bisschen vor Text oft. Mhm. Aber ich werde noch den Book-Tag 25 Bookish Facts About Me hochladen irgendwann. Und in Kürze kommt auch meine Meinung zu dem Buch Echo. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn ihr auch bei Chrisi von Nimmermehr vorbeischaut und auch ihren Tag mit den persönlichen Büchern anschaut. Denn sie hat da auch ein paar ganz besondere Bücher rausgesucht. Und, ähm, wenn ihr, ähm, mitmachen wollt, ja, gebe ich den Aufruf von Chrisi einmal weiter. Äh, macht gerne auch ein Video und, äh, zeigt uns eure Bücher, ähm, die, ähm, ja, eine persönliche Geschichte für euch haben. Eine persönliche Bedeutung. Äh, äh, ganz egal, was das für Bücher sind. Ihr habt ja bei mir gesehen, dass es auch ganz andere Bücher sein können, als nur reine Unterhaltungsliteratur. Ähm, und, äh, vergesst nicht, wenn ihr das macht, äh, packt irgendwo oben in den Titel den Hashtag Nimmermehr, damit, äh, Chrisi und ich euch finden und sehen können, dass ihr da auch mitgemacht habt. Und, äh, ja, ich verabschiede mich und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Tschüss.